Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 18. September 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten wieder an der Saporizhia-Frontlinie westlich und südlich von Robotene, dauern die Kämpfe an. Die Ukraine versucht in Richtung der zwei Dörfer Novoprakowka und Kobani vorzustoßen. Laut einem russischen Militärblogger setzte die Ukraine einen Zug in den Kampf, der von zwei Panzern unterstützt wurde. Der Angriff kam laut seinen Aussagen ins Stocken, nachdem beide Panzer auf Minen stießen. Im Vergleich zum Vortag hat sich an diesem Abschnitt nichts verändert. Das gleiche betrifft auch die Region der Höhen zwischen Novoprakowka und Verbowe. Auch hier lediglich Stellungskämpfe ohne Veränderung. Westlich des Dorfes Verbowe bleibt die Situation dagegen dynamisch. Neben ukrainischen Sturmversuchen sehen wir auch russische Gegenangriffe. Heute gab es zum Beispiel einen Gegenangriff der russischen Infanterie mit dem Einsatz von Schützenpanzern. In diese Richtung hatten die Russen angegriffen. Es ist unklar, ob sie dabei Erfolg hatten. Der Angriff bestätigt aber die russische Präsenz an diesem Waldstrich, der noch gestern von der Ukraine kurzzeitig kontrolliert wurde. Damit bleibt es an diesem Abschnitt, wie gesagt, weiter ohne Veränderungen, wobei die Situation in der Grauen Zone dynamisch bleibt. An der Stelle ein kleiner, interessanter Rückblick in den Februar des Jahres 2022. Der ehemalige ukrainische stellvertretende Kommandeur des Operationskommandos Süd teilte heute ein paar Details über die Stärke der ukrainischen Streitkraft im Süden der Ukraine zum Zeitpunkt der Invasion mit. Nur 1500 Mann zählte die ukrainische Streitkraft nördlich der Halbinsel Krim im Februar 2022. Auf der anderen Seite stießen etwa 20.000 russische Soldaten vor. Zwischen der Halbinsel Krim und dem Festland gibt es sechs Grenzkontrollpunkte und an jedem Grenzkontrollpunkt befanden sich gerade einmal zehn ukrainische Soldaten. In der Stadt Meliodopol gab es im Prinzip gar keine Kräfte, lediglich eine Reservepanzerkompanie leistete kurzzeitig Widerstand. Diese Details verdeutlichen nochmal das Versagen der ukrainischen Aufklärung und des Militärs. Vor allem natürlich der Militärführung und das gerade zwischen den 2014 okkupierten Territorien, wo eine Herstellung eines Landkorridors mit der Krim ein nächster logischer Schritt wäre. Nochmal, das ist jetzt im Nachhinein natürlich leicht darüber zu urteilen, aber anders als eine Katastrophe kann man das einfach nicht bezeichnen. Es gab im Überfluss Hinweise eine Invasion und nicht zuletzt hat die amerikanische Aufklärung im Februar so gut wie täglich darauf hingewiesen. Und nun zahlen natürlich zahlreiche Menschen den Preis mit ihrem Leben, während sie verzweifelt versuchen, zahlreiche russische befestigte Verteidigungslinien in der Saporische Region zu stürmen. Zurück zur Frontlinie, weiter geht's am Abschnitt Novodonezke-Novomajorske. Ein russischer Militärblogger von diesem Frontabschnitt spricht heute über eine Änderung der ukrainischen Einstellung. Die ukrainische Streitkraft verstärkt die Verteidigung und vermint die Zugänge zu ihren Stellungen. Die russischen Positionen werden weiter mit Artillerie beschossen. Er vermutet, dass sich diese Angriffsrichtung für die Ukraine als perspektivlos erwiesen hat, weil Erfolge nach mehreren Angriffen ausblieben. Nun erwartet er mit seinen Truppen Angriffe auf anderen Abschnitten, möglicherweise zwischen den Dörfern Pavlivka und Shevchenko, wo die Ukraine vor einigen Wochen lokal einen kleinen Erfolg erzielen konnte. Möglicherweise auch in Richtung des Dorfes Mgilske, südöstlich der Stadt Wuchledar. In jedem Fall werden wir das schon sehr bald sehen. In der Region des Mokri-Jale-Fluss unternahm die ukrainische Streitkraft, laut Aussagen einiger russischer Militärblogger, für einige Angriffe, vor allem in Richtung Savitne-Bazhanie und Priutne. Sehr wahrscheinlich weitere Kampfaufklärung, die von kleinen Gruppen durchgeführt wird. An diesem Abschnitt sehen wir ebenfalls nach wie vor keine groß angelegte ukrainische Offensive auf breiter Front. Die Stadt Donetsk wurde heute erneut von der ukrainischen Artillerie intensiv beschossen, wie zahlreiche russische Militärblogger mitteilen. Unter anderem wurde das Administrationsgebäude des Oberhauptes der sogenannten Volksrepublik Donetsk getroffen. Nach dem Einschlag von Heimars-Raketen kam es zu einem Feuer. Das Oberhaupt selbst mit dem Namen Denis Bouchilin befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Gebäude. Und er behauptete heute in einem Statement, dass niemand bei diesem Angriff verletzt wurde. An der Frontlinie unternahmen beide Seiten Angriffe nördlich von Donetsk in der Region Oputne. Beide Seiten hatten hier einige Angriffsversuche gestartet. Diese waren allerdings erfolglos. Nördlich von Avdijevka gab es russische Angriffe in Richtung der Stadt selbst. Es wird hier weiter in der Region dieses Teiches gekämpft. Neue Drohnenaufnahmen bestätigen, dass die russische Seite nach wie vor diesen Waldstrich hier kontrolliert. Damit springen wir auch schon an den Abschnitt der Stadt Bakhmut. Die ukrainischen Truppen starteten einen Angriff auf russische Stellungen hinter der Eisenbahnlinie und zwar von der vor kurzem eroberten Siedlung Andrievka aus. Der Angriff war laut Aussagen russischer Militärblogger nicht erfolgreich. Die ukrainischen Truppen konnten zurückgeworfen werden. Veränderungen werden nicht registriert. Ein ukrainischer Militärblogger deutete an, dass nach der Einnahme von Klischivka und Andrievka das Dorf Kurdyumovka an der Reihe sein wird, wie wir bereits vermutet hatten. Bisher werden aber keine Angriffe in diese Richtung registriert. Lediglich Stellungskämpfe werden in der Region des Siverski Donetsk Donbasskanals beobachtet. Ein russischer Militärblogger schätzt die Wahrscheinlichkeit eines Frontalangriffs auf das Dorf als eher unwahrscheinlich ein. Er begründet dies unter anderem mit der starken Verminung der Grenze des Dorfes. Westlich der Stadt Bachmut wurden ukrainische Truppen im Dorf bzw. in der Siedlung Chromov registriert. Das ist hier diese kleine angrenzende Siedlung an Bachmut. Die Siedlung selbst umfasst in etwa diesen Abschnitt. Eine russische Drohnenaufnahme zeigt den Artilleriebeschuss der Hauptstraße der Siedlung. Das ist hier dieser gesamte Abschnitt. Damit ist das Dorf fast vollständig unter ukrainischer Kontrolle. Dieser Bereich hier bleibt weiter in der grauen Zone. Und nochmal die Veränderung zum Vortag entspricht hier diesem Bereich. An der nördlichen Flanke stellte sich die gestrige Information über einen Angriff in Richtung der Siedlung Salisnyanski als falsch heraus. Dagegen versucht die ukrainische Streitkraft wieder in der Nähe der E-40-Straße vorzustoßen. Südlich der Straße wurden ukrainische Truppen an diesem Abschnitt identifiziert. Vermutlich gab es hier einen kleinen Vorstoß in der grauen Zone. Die Information wird meinerseits weiterhin überprüft. Als Ergebnis erfolgreicher Angriffe der ukrainischen Streitkraft in der Region Bachmut wurde die russische Verteidigungslinie in der Nähe der Stadt durchbrochen. Das behauptet heute der Kommandeur der Bodentruppen der ukrainischen Streitkraft mit dem Namen Sirsky. Laut seinen Aussagen wurden angeblich einige der besten russischen Einheiten in der Region vernichtet und verloren folglich ihre Kampfkraft. Dazu zählt die 72. Motorisierte Schützenbrigade, die 83. Garde Luftsturmbrigade und die 31. Garde Luftsturmbrigade. Dass diese drei Brigaden tatsächlich ihre Kampfkraft vollständig verloren haben, kann ich nicht bestätigen. Die zuletzt genannte 31. Brigade hat definitiv Verluste in den höheren Rängen erlitten. Ein russischer Militärblogger bestätigte, dass der Kommandeur der Brigade, Oberst Andrey Kondraschkin, gefallen ist. Trotz dieser vermeintlich positiven Aussagen des ukrainischen Generals wird sich die Situation an der südlichen Flanke nicht wesentlich verbessern. Die Höhen bei Klischiewka verbessern zwar die Situation auf taktischer Ebene, aber insgesamt bleibt ein größerer Erfolg aus. Nach Klischiewka folgt die nächste russische Verteidigungslinie, die während der Schlacht natürlich weiter ausgebaut wurde. Gestern hatten wir von 52.000 Mann gesprochen, die die Russen allein am Abschnitt Bachmut konzentrieren. Und das sind genügend Reserven, um die Front zu halten. Aus neutraler Sicht bleibt eine Rückeroberung der Stadt mit den aktuell hier eingesetzten Kräften unwahrscheinlich. Ich denke, der nächste Schritt wäre erstmal das Abschneiden der Straßenverbindung zwischen den Städten Bachmut und Horlevka. Das ist hier diese Straße. Insgesamt haben die ukrainischen Offensivhandlungen an diesem Abschnitt aber ganz andere Ziele. Sie zwingen die russische Militärführung, wesentliche Kräfte an diesem Abschnitt zu halten, nachdem die Russen die Stadt mit sehr viel Blut eingenommen haben. Meinen Beobachtungen nach operieren hier aktuell lediglich zwei neu formierte ukrainische Brigaden, nämlich die dritte Sturmbrigade Azov und die 22. mechanisierte Brigade. Das wäre auch vorerst alles, was diesen Abschnitt betrifft. Wir springen zu guter Letzt in den Nordenstaaten, kurz in der Region Lysitschansk, nördlich bzw. nordöstlich des Dorfes Sbirne, gibt es eine kleine Korrektur an der Frontlinie. Eine Drohnenaufnahme zeigt den Beschuss russischer Stellungen an diesem Abschnitt. Damit fällt dieser kleine Bereich hier von der Grauen in die rote Zone. Die Russen konnten hier also etwa 200 Meter vorstoßen. Wie gesagt, das als kleine Korrektur der Vollständigkeit halber. Was das Dorf Novoselievsky betrifft, so gibt es hier ein neues Update. Der letzte Stand war, dass die Russen das Dorf vollständig kontrollieren. Nun zeigen Drohnenaufnahmen, dass die Ukraine hier einige Gegenangriffe unternimmt. Es kommt zu Kämpfen an diesem Waldstrich hier. Zu unserem letzten Stand war dieser gesamte Bereich ebenfalls in der roten Zone. Zum heutigen Tag fällt dieser von der roten in die graue Zone. Wie gesagt, dort kommt es aktuell zu Kämpfen. Die Ukraine versuchte wieder einige Stellungen südlich des Dorfes zu erobern. Wir warten auf Updates, was diesen Bereich betrifft. Und am Abschnitt Gubiansk konnten die russischen Truppen ein Stück in Richtung des Dorfes Szynkivka vorstoßen. Es gelang ihnen hier diesen Waldstrich einzunehmen. Konkret dieser Waldstrich wechselte in den vergangenen Wochen mehrmals die Kontrolle. Zeitweise hatte die Ukraine diesen zurückerobert gehabt, aber schnell rückte dieser wieder in die graue Zone und wurde umkämpft. Nun rutscht dieser Abschnitt in den roten Bereich und der russische Vorstoß lässt sich hier mit etwa 750 Metern beziffern. Sofern Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne den Kanal für tägliche Updates aus der Ukraine abonnieren. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend.